Christen weisen immer wieder darauf hin, dass die westliche Zivilisation, der Fortschritt der westlichen Zivilisation, der Fortschritt der Universitäten, des Rechtssystems und auch der Wissenschaften hauptsächlich auf das Konto der Kirche geht. Die römisch-katholische Kirche hat nämlich unsere westliche Zivilisation maßgeblich miterschaffen und bis heute ist sie von der katholischen Kirche geprägt. Die katholische Kirche hat zahlreiche Renaissance der Wissenschaft und auch die Reform zahlreicher Bildungssysteme durch das universitäre System und dadurch auch die Etablierung des Rechtssystems maßgeblich getragen und auch tatsächlich initiiert, sodass man sagen kann, das Christentum ist vor allem eine Religion des Fortschritts und hat in der Welt viel Positives bewirkt. Bis heute ist die römisch-katholische Kirche die größte soziale Wohlfahrtorganisation, die es überhaupt gibt und bis heute ist sie sehr bedeutsam im Zusammenarbeit mit dem deutschen Staat. Der deutsche Staat kann sich quasi überhaupt nicht leisten, ohne die katholische Kirche tatsächlich das Soziale anzugehen. Nun, wenn Christen das sagen, dann weist man oftmals darauf hin, dass, und das habe ich ja auch schon gemacht, bei anderen Religionen gar nicht so viel kommt. Beim Buddhismus nicht, beim Hinduismus nicht, mit seinem diskriminierenden Kastensystem unter anderem. Und auch beim Islam, da sieht es ja umso katastrophaler aus, denn beim Islam, wenn man da in die Staaten schaut, wenn man in die Geschichte des Islams schaut, Verbreitung mit dem Schwert, mit Gewalt, mit religiöser Intoleranz und Menschen, die keine Muslime sind, können nur in muslimischen Staaten leben, wenn sie Jizia zahlen, also Schutzgelderpressung. Aber, wenn man heute auch noch schaut, naja, die ganzen vom Islam geprägten Staaten, wie zum Beispiel die Staaten Saudi-Arabien, Iran, Afghanistan, die sind alle zutiefst rückschrittlich und schränken die menschliche Freiheit ein, schränken die Kultur ein, schränken die Wissenschaft ein, schränken so ziemlich alles ein. Ein vernünftiges Leben, eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung ist in diesen Ländern nicht zu beobachten. Und dann kommen Muslime aber und sagen, es gibt ja ein Land, das ist sehr fortschrittlich und sehr bedeutsam und ist ein muslimisches Land, und zwar Indonesien. Nun, Indonesien wird als Beleg dafür genannt, dass auch muslimische Staaten von großer Fortschrittlichkeit sein können. Zunächst einmal wird dabei allerdings unterschlagen, dass es sich bei Indonesien um einen multiethnischen Vielvölkerstaat handelt und dieser nicht einheitlich vom Islam geprägt ist. Weder die Geschichte noch die heutige Politik und Gesellschaft ist einheitlich vom Islam geprägt. Wenn man aber anerkennt, dass dieses Land heutzutage eine muslimische Mehrheit zutage fördert, so sind dennoch folgende Dinge zu nennen. Es gibt zahlreiche soziale und wirtschaftliche Herausforderungen. Es gibt in Indonesien erhebliche soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und es gibt deutliche Disparitäten zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Das indonesische Bildungssystem weist erhebliche Mängel auf. Die Qualität der Bildung bleibt hinter den internationalen Standards zurück. Die Alphabetisierungsrate mag gestiegen sein, aber die Qualität der Ausbildung ist nicht ausreichend, um den Anforderungen der globalisierten Wirtschaft gerecht zu werden. Trotz wirtschaftlichen Wachstums bleibt die Infrastruktur in vielen Teilen Indonesiens unterentwickelt. Straßen, öffentliche Verkehrsmittel und Stromversorgung sind in vielen Regionen umzureichend, was das Wirtschaftswachstum und die Lebensqualität der Menschen beeinträchtigt. Die politische Instabilität und Korruption ist bei Indonesien ebenfalls zu nennen. Indonesien hat erhebliche Probleme mit Korruption. Laut internationalen Korruptionswahrnehmungsindizes rangiert das Land regelmäßig in einem problematischen Bereich, was auf weit verbreitete Korruption hinweist, die die Entwicklung behindert. Es gibt immer wieder politische Spannungen und Instabilitäten, die die Fortschritte des Landes behindern. Die politische Landschaft ist oft von Machtkämpfen und politischem Nepotismus geprägt, was die Entwicklung und Implementierung effektiver Reformen erschwert. Indonesien, das sich immer wieder als pluralistisch und tolerant rühmt, hat zahlreiche Probleme bei der religiösen Toleranz und bei Minderheitenrechten. Es gibt immer wieder Berichte über Diskriminierung und Gewalt gegen religiöse Minderheiten, insbesondere gegen Christen und selbst gegen Muslime wie die Ahmadiyya-Muslime und andere Gruppierungen. In einigen Teilen Indonesiens hat die zunehmende Islamisierung übrigens dazu geführt, dass lokale Gesetze eingeführt wurden, die auf der Scharia basieren. Die Scharia schränkt die Rechte von Frauen und religiösen Minderheiten ein. Das ist ein Widerspruch zu modernen Vorstellungen von Gleichberechtigungen und Menschenrechten. Die Scharia ist ein Rückschritt, kein Fortschritt. Und wenn man den Fortschritt in Anführungszeichen Indonesiens im Vergleich zu westlichen Standards sieht, dann sieht man ganz klar, dass Indonesien in vielen Bereichen wie Technologie, Wissenschaft und Gesundheitsversorgung noch nicht wirklich weit fortgeschritten ist. Das Land bleibt in vielen Bereichen hinter den führenden Industrienationen zurück. Indonesien behauptet immer wieder, es sei eine funktionierende Demokratie. Die zunehmende Islamisierung führt allerdings zu repressiven Scharia-Gesetzen. Frauenrechte werden mit Füßen getreten. Rechte von Minderheiten, die sind ja sowieso kaum vorhanden. Und wenn man den Islam dann tatsächlich als Fortschrittsmotor bezeichnen will, muss man zunächst einmal sagen, dass das schon einmal der Realität des Landes nicht gerecht wird. Schon gleich gar nicht, wenn wir es mit einem multiethnischen Vielvölkerstaat zu tun haben, in dem in genau den Bereichen, in denen die Islamisierung immer weiter fortschreitet, es zu repressiven Scharia-Gesetzen und Rückschritten kommt. Der Fortschritt des Landes ist nämlich das Ergebnis vieler Faktoren, darunter wirtschaftliche Strategien, Bildung, politische Stabilität und technologischer Fortschritt. Den Islam also für alle fortschrittlichen Tendenzen in Indonesien verantwortlich zu machen, ist sachlich falsch. Außerdem ist Indonesiens Entwicklung auch das Ergebnis einer Vielzahl von Einflüssen, einschließlich der Kolonialgeschichte, des Handels und der Globalisierung. In einigen Fällen haben übrigens die islamischen Gesetze zu einem begrenzten Fortschritt geführt. Denn die islamischen Gesetze in Indonesien und die zunehmende Islamisierung, wie wir gesagt haben, behindert den Fortschritt, insbesondere wenn sie rigide umgesetzt werden und nicht mit modernen Konzepten von Menschenrechten und Gleichberechtigung übereinstimmen. Und mit modernen Konzepten von Menschenrechten und Gleichberechtigung stimmt der Islam und stimmt vor allem die islamische Gesetzgebung der Scharia so gut wie nie überein. Das bedeutet, wenn in Indonesien etwas gut läuft, kann der Islam-Apologet nicht schreien, das ist, weil der Islam so fortschrittlich ist. Das ignoriert nicht nur die Komplexität der Lage des Landes an und für sich, sondern auch die Komplexität der Geschichte und des geografisch-politischen Systems Indonesiens. Während diese Betrachtungsweise also zunächst einmal mit einfließen muss, muss auch gesagt werden, dass Indonesien nicht so fortschrittlich ist, wie immer wieder getan wird. Hinter westlichen Standarts wird weit zurückgeblieben und dort, wo eine zunehmende Islamisierung der Landesbevölkerungen und der Landesteile und der Inselgruppen wahrgenommen werden kann, ist oftmals durch das Scharia-Regime oder durch die Installation von Scharia und dementsprechend dann auch repressiven Regimen immer wieder eine Rückentwicklung und ein heftiger Rückschritt zu beobachten. Das bedeutet, eine Islamisierung führt weder zu Fortschritt, noch ist Indonesien ein wirkliches Vorbild für fortschrittliche westliche Zivilisationen. Während Indonesien natürlich in seinen Fortschritten unterstützt werden sollte und während Indonesien natürlich mit einbezogen werden sollte und die positiven Aspekte natürlich auch durchaus positiv herauszuheben sind, ist der Islam weder dafür verantwortlich, noch hat der Islam Indonesien zu einem Wunderland geführt, das mit westlichen Standards nur irgendwie mithalten könnte. Wenn Muslime also das nächste Mal darauf hinweisen, dass der Islam ja nicht nur repressive Scharia-Regime, sondern auch fortschrittliche Länder wie Indonesien hervorbringt, einfach die knallharten Fakten entgegenhalten, denn das reicht allein, um diesen Mythos gänzlich zu zerstören.